Judith ist natürlich ganz spannend als Opernstoff, weil das ein religiöser Kontext ist. Oper hat ja irgendwie immer was mit Religion zu tun, weil es ja quasi die Wiedergeburt der Tragödie ist, der griechischen, die ja auch im Endeffekt ein Gottesdienst war. Also ich habe gerade in Oldenburg Herkules inszeniert von Händel, wo wir auch sehr diesen gottesdienstlich, aber im Sinne der griechischen Gottesdienst, des Kultes, des Apollo-Kultes und Dionysos-Kultes, dass wir da eben das so in den Vordergrund gestellt haben und haben dann eben gemerkt, wie viele Ähnlichkeiten auch dann wieder zu bestimmten christlichen Riten und also Abendmahl, Wein und so weiter, Dionysos, da gibt es ja viele Sachen. Genau. Und jetzt sind wir bei Judith. Ich finde es natürlich spannend in der Zeit, wo eigentlich die christliche Kirche sehr, ich sage mal, friedlich ist und sich abgrenzt, ich sage mal, von den eher radikalen und gewalttätigen Stellen in der Bibel, dass so ein Buch, wo ja relativ klar gesagt wird, also sie betet noch, bevor sie Holofernes den Kopf abschlägt, Gott, du beschütze Jerusalems und du wirst wieder deine Sachen in Besitz nehmen und gib mir Kraft und ich werde jetzt tun und so weiter, schlägt ihm den Kopf ab, die Dienerin packt den Kopf in den Beutel, sie sind zurück in Israel in aller Jubeln und alles ist gut quasi. Bei Hebel ist es ja ein bisschen anders, aber die Bibel-Story selber weckt ja fast Assoziationen zu so einem, ich sage mal, dschihadistischen Kern. Also man betet zu Gott, bringt dann irgendwelche Leute um für diesen Gott und fühlt sich danach sehr gut und alle jubeln einem zu. Also kann man das so ein bisschen so sehen? Die Gefahr liegt da, aber ich glaube, so hat es auch der Hebel ein bisschen gesehen, dass alle Sachen so mit der Jude kann ich nicht viel anfangen, ich muss die ändern. Ein Kern liegt bei dem biblischen Text schon daran, dass er an der entscheidenden Stelle eine Veränderung einträgt und zwar wird bei diesem Gebet der Judit das Buch Exodus zitiert und das Buch Exodus jubelt da dem Gott zu, der ein Kriegsmann ist. Und genau der Text wird schon in der griechischen Übergesetzung, auf den die Judit sich dann auch bezieht, umgeändert in den Gott, der die Kriege zerbricht. Das heißt also, es läuft natürlich damit, wenn man so will, fast schizophren, aber trotzdem, die betende Judit betet zugleich zu einem Gott, der das Ende der Kriege will. Und eigentlich ist diese ganze Judit-Geschichte in der Hinsicht auch nicht gewaltbestärkend aufgebaut, sondern eher unterbrechend, insofern es darum geht, den kriegsmächtigen Holofernes, eigentlich als Mittelsmann des Nebukadnezar, das ist da der eigentliche Gegner, mit nichtkriegerischen Waffen zu töten. Also das Schlimmere ist nicht, dass er geköpft wird, sondern durch die Hand einer Frau. Das ist im Grunde das Motiv, mit dem deutlich wird, es geht gar nicht um Krieg. Man kommt nicht aus der Sache heraus, dass es eine gewalttätige Lösung ist. Da muss man einfach sagen, wahrscheinlich fiel ihn keine andere ein. Das Ganze ist ja nicht historisch, aber es wird mit den Mitteln der Zeit so viel wie möglich gezeigt. Was kann man alles, wie kann man es so schreiben, dass deutlich wird, nicht der Krieg, nicht die Gewalt hat, ist das Ziel, sondern es ist gerade das, was abgeschafft werden soll. Und dafür steht die Judit, und das schaffe ich wiederum nicht mit eigener Kraft, deswegen betet sie, sondern wenn ich was tue, gib mir Kraft. Und, sagt nicht, dafür steht nämlich Israel in der Bibel, die gucke immer zum Himmel, mach doch. Sie sagt, beten heißt aber nicht, dass ich nichts tue. Ich muss was in die Hand nehmen und handeln. Es ist ja so in der kulturgeschichtlichen Rezeption von Judit ganz erstaunlich, dass gerade so in der Zeit, ich sag mal zwischen 1400 und 1800, unglaublich viele Gemälde und Statuen zu dem Thema produziert wurden und teilweise auf einem erstaunlichen Niveau und sofort erkennbar. Und irgendwie denkt man, das hat eben auch was zu tun mit der abendländischen Situation der Frau im Unterschied zu anderen Kulturen, weil das findet man, glaube ich, kaum woanders. Und das ist auch, was ich jetzt bei der Recherche gesehen habe, dass wirklich jede Frau, es gibt ja nicht so viele Frauen in der Kunstgeschichte, aber jede Frau, die irgendwie tätig war, hat ein Judit-Bild gemalt. Also es scheint auch so, dass diese Identifikation der Frauen mit Judit sehr groß war. Also wird das auch so in der Kirche gesehen, dass das, also ich meine, in der katholischen Kirche, ich als, sagen wir mal, getaufter Protestant, wir haben ja nicht so diese Maria im Vordergrund, aber was mich immer fasziniert hat am Katholizismus, ist eigentlich gerade der Marienkult. Also weil das die Verbindung auch zum Weiblichen ist, der so bei Luther, fand ich, das so ein bisschen verloren gegangen ist. Ich weiß nicht, wie sehen Sie das so als katholischer Theologe dann? Also Judit, jetzt die Frau in der Kultur, in der Religion? Also in der Neuzeit wird sie wieder neu entdeckt, weniger aber jetzt im Allgemeinen, eher muss man sagen, in der Wissenschaft und in der Exegese, also in der Schriftauslegung. Da fängt man an, sie wieder neu zu entdecken. Und gerade auch dieses Potenzial nochmal jetzt von der Frau, eben nicht in der Opferrolle, Dienerrolle, sondern wirklich in der, um das Wort zu gebrauchen, emanzipierten Rolle zu sprechen, in einer, die auch gesellschaftliche Ränge einfach unterwandert. Also es ist ja hier ganz auffällig, dass die Judit völlig anders handelt, als man es in der Gesellschaft tat. Sie wird zum Ideal der Frau Weisheit. Also wenn man es biblisch sieht, ist es die idealisierte Frau Weisheit. Interessanterweise haben die frühen Kirchenväter, also die ersten Theologen, genau diese Seite der Judit auch mit herausgehoben. Und dann ist es aber in der katholischen Kirche eher verloren gegangen. Also da befindet sich in der Kunst natürlich eine Renaissance, aber da kann man dann schon eher sagen, hat die Maria die Judit abgelöst. Und ich glaube, heute werden viele Katholiken die Judit gar nicht groß kennen, außer dass sie im Kopf haben, ja da ist doch irgendeine, die dem Holofernes den Kopf abgehauen haben. Ja, genau. Aber es wird ja, wie ich gerade gelesen habe, der Papst überlegt ja jetzt, ob weibliche, weiß nicht, Pröbste oder sowas? Ja, Diakone. Diakone, genau. Also genau. Wie sehen Sie das? Sind Sie da, also sind Sie da offen für? Ich meine, ich weiß nicht, was Sie da was mit zu tun haben. Ja, habe ich auf jeden Fall. Meines Erachtens spricht rein aus der Theologiegeschichte nichts dagegen. Und wo nichts gegen spricht, sollte man es auch machen. Ich finde immer schade, wenn diese Themen erst aufkommen, aus der Not geboren. Also das ist ein bisschen so die Diskussion, einfach weil Priester fehlen, weil insgesamt sozusagen das Personal dünner wird, dass man jetzt auf einmal nochmal in andere Richtungen guckt. Sicherlich verbunden auch mit einer anderen Sicht auf Frau heutzutage. Und ich meine, spannender ist nochmal von der Theologie selbst herzukommen. Gibt es eigentlich nicht intern schon gute Gründe zu sagen, wir können durchaus Diakonen haben. Was der Papst jetzt will, ist, dass er erst mal klären will, was haben die eigentlich ursprünglich gemacht, denn die gab es. Also da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran, dass wir in der frühen Kirche Diakoninnen haben. Und die werden nicht als die beschrieben, die neben dem Priester im Altar stehen und dann Gebete dabei sprechen. Die haben andere Aufgaben gehabt. Also was ich jetzt nochmal zurück zu Judith zu kommen, ganz spannend finde bei der Oper, also jetzt auch bei dem Hebbel. Also die bezieht sich auf Hebbel, ist ja so quasi eine Essenz dieses Hebbelstückes. Da ist es natürlich so, im Gegensatz zur Bibel, dass das erotische Moment sehr, sehr im Vordergrund ist. Das heißt, dass die Judith, die in der Bibel so beschrieben wird, sie geht da hin, sie ist wunderschön, sie geht ein und aus. Es wird so ein bisschen ausgelassen, was normalerweise wahrscheinlich passieren würde. Ich glaube, es gibt einen Subtext, der auch in der Kunstgeschichte aufgenommen wird, weil sie ja dann oft nackt ist und halb entlöst. Also da wird im Grunde genommen so ein bisschen suggeriert, finde ich und wahrscheinlich auch viele von den Malerinnen und Malern, dass sie eigentlich auch mit den erotischen Waffen einer Frau quasi den Holofernes geschlagen hat, indem sie ihn eben dann zum Schlafen gebracht hat. Und dadurch ist er schwach geworden und sie hat die Chance gesehen, seinen Kopf abzuschlagen mit dem Schwert, was an seinem Bett hängt. Ist das richtig? Also wenn man das jetzt in der Bibel liest, ist das so ein Subtext, kann man das so interpretieren? Oder ist das Fantasie mit Schneegestöber jetzt? Der Subtext ist drin, aber meine These ist ja, dass der biblische Text nicht wirklich operntauglich ist und die hebbelsche Judith nicht bibeltauglich. Den erotischen Subtext gibt es auf jeden Fall. Allerdings wird, ist das ganze Judith-Buch, wenn man es vereinfacht, ist auch so eine Collage. Das heißt, es wird mit ganz vielen Zitattexten und Anspielungen gearbeitet. Und deswegen ist ganz wichtig, dass die Judith ständig bekleidet auftaucht. Diese Kleidung zitiert Fachbegriffe, also richtig aus der Damenmodenwelt der damaligen Zeit, die aber an anderer Stelle begegnet, wenn Frauen am Hof oder der oberen Gesellschaft sich anziehen, um damit deutlich zu machen, wir brauchen Gott nicht. So, und hier haben wir jetzt eine Frau, die eigentlich Witwe ist, damit natürlich eigentlich eher in sehr schlichter Kleidung dahergeht. Er zieht ja also diese ganz vornehmen Waffen, aber stellt die ganz in den Dienst Gottes. Das ist sozusagen die Aussage dahinter. Und diese Schönheit reicht dann schon, dass der Holoferne schwach wird. Okay. Der Text hält deswegen ausdrücklich fest, der biblische Text, dass es nicht zur Vergewaltigung gekommen ist. Aber damit gibt es natürlich an, in der Perspektive liegt, dass der Leser erwartet das. Also man muss es schon ausdrücklich sagen, dass es nicht passiert ist. Aber zugleich soll aber damit erzählt werden, der Judit ist nicht das passiert, was ihrer Vorgängerin, Dina, passiert ist. Die Dina war eine Jakobstochter, Jakob, die mit den zwölf Höhnen. Und da gibt es eine Vergewaltigungsgeschichte, die gerecht wird von einem Bruder, dem Simeon. Und deswegen wird auch erzählt, dass die Judit aus dem Stamm des Simeon ist. Und das lässt dadurch alles weg. Also im Grunde wird diese ganze Dina-Geschichte wieder aufgerollt. Und was hat der Simeon getan? Der hat nämlich den Vergewaltiger, der Dina, auf sehr heimtückische Weise samt seinem ganzen Stamm niedergemetzelt. Okay. Also die Geschichte wird jetzt aber sozusagen eingefroren und dann auf ein Ein-Personen-Stück zurück. Nur noch Judit. Judit ist in gleicher Weise potenzielles Opfer, was sie aber nicht wird. Und sie ist natürlich auch Täterin. Aber das nochmal in einer anderen Weise als der Simeon. Das Interessante ist ja auch, wenn man so ein bisschen über das Buch liest, dass es anscheinend nicht auf Hebräisch geschrieben ist und nicht auf Aramäisch, sondern auf Altgriechisch. Das heißt, trotzdem sind all diese Bibelanspielungen und so weiter drin. Wer hat das eigentlich geschrieben und mit welchem Zweck? Also wenn es jetzt sozusagen kein historisches Buch ist, weil ja im Endeffekt geht man davon aus, dass die meisten alttestamentarischen Bücher im weitesten oder viele historisch sind, mehr oder weniger. Aber was ist das dann sozusagen, was war der Sinn hinter dieser ganzen Geschichte gewesen? Also das Juditbuch zählt zu der Literatur, die in der sogenannten Diaspora entstanden ist, also als das Judentum sie schon zerstreut hat und eine wichtige Gruppierung unter anderem in Ägypten, in Alexandrien. Und dort ist einerseits, weil Griechisch mittlerweile zur Umgangssprache geworden ist, auch das Alte Testament griechisch geschrieben worden, also übersetzt worden, weil man das Hebräische gar nicht mehr konnte. Und zweitens geht es jetzt darum, aufzuzeigen, wie soll eigentlich ein Jude mit seiner Tradition und einer Jüdin mit der alten Tradition unter den Umständen der Diaspora leben? Das heißt also im Rahmen einer griechischen Kultur, die mit Judentum nichts zu tun hat, die völlig anders tickt, die zum Beispiel auch die Nacktheit kennt. Die Gymnasien, eben das Nacktkämpfen, war für den Juden total anstößig. Also deswegen ist es auch nochmal wichtig, dass die Judit auch an der Hände nicht bekleidet ist. Also jetzt wird im Grunde mit der Judit den Diaspora-Juden und Jüdin ein Ideal vor Augen gestellt, auch in den schlimmsten Situationen und bedrängende Situationen, die es auch gab. Es gab auch richtige Judenverfolgungen zu der Zeit schon, durchzuhalten, in der Tradition zu stehen. Deswegen wird biblisch die Judit auch ganz, die hält alle Riten ein, die bringt alle Opfer da, ist also total Torah-konform, so zu leben, wie es die Judit tut. Und sie ist ein Ausbund an Weisheit. Also das heißt, es führt auch hin zur Gelehrsamkeit. All das wird jetzt mittels der Judit im Grunde nahegelegt. Mit anderen Worten, das Judit-Buch ist ein Roman mit lehrhafter Absicht, so könnte man sagen. Und das wird zugleich ermutigen in einer schwierigen Situation, wo man außerhalb der eigenen Kultur leben muss. Hat das was mit der Hagia Sophia zu tun, im Sinne so die Weisheit als, das war ja die Weisheitskirche, als Personifizierung oder so? Genau, also die Rede von der Weisheit, die wird ja dann christlich weiter übernommen. Und die hat ihren Ursprung im Alten Testament, dass die Weisheit Gottes personifiziert wird und interessanterweise als Frau verstanden wird. Also mit weiblichen Attributen versehen. Von der Frau Weisheit ist die Rede. Und es gibt da einen bekannteren Text im Buch der Sprüche, ganz am Ende, der heißt, ein starkes Weib, wer wird sie finden? Je nach Übersetzung, eine starke Frau, wer wird sie finden? Und es wird nicht, wie es dann die katholische Kirche meist radiert hat, ein Heimchen am Herd vorgestellt. Im Grunde die Managerin von wirklich so einem großen Hofwesen, die für alles zuständig ist, was die Binnenorganisationen anbelangt, Einkauf, Sklavenbetreuung oder Haushaltskräftebetreuung. Alles, was also das Hofwesen betrifft. Und der Mann ist für den Aussen, die in zuständig Feldarbeit, in den Toren Verhandlungen führen. Und diese Frau wird jetzt auch in ihrer Schönheit gepriesen und ist das Idealbild der Weisheit. Mit der Judith machen wir jetzt Folgendes. Während im Buch der Sprüche die Ehefrau der Idealtyp ist, wird jetzt nur eins draufgesetzt, aber sogar die ideale Witwe. Natürlich in Verfolgungszeiten durchaus auch nochmal ein Typos, der gesellschaftlich wichtig ist und die eigentlich natürlich immer in der Unterschicht zu finden war. Und die wird jetzt sozusagen zu der Identifikation, Identifikationsgestalt damit eben auch für die ärmliche Bevölkerung, für die, die sagen, also ja, witwenmäßig kommen wir uns auch vor. Sei es, dass wir Land verloren haben, den Mann verloren haben, dass wir Kinder verloren haben, auf jeden Fall Verlust. Das Buch ist ja nicht in der Tora. Und wie ist das Verhältnis des Judentums, also wenn Sie das wissen, wir haben jetzt keinen Rabbi hier, aber ich vermute, dass es Theologie, da gehört das ja dazu. Wie ist das Verhältnis des Judentums zu Buch Judith? Gibt es da eine Tradition? Warum ist das da nicht drin? Wie stehen die dazu? Oder heute? Das Judentum hat sich selbst dafür entschieden, nur an den hebräisch geschriebenen Texten festzuhalten. Damit fällt Judith raus. Also das heißt, die ist in dieser, in Alexandrien, zusammen mit anderen Büchern erst entstanden. Und diese Bücher hat man also nicht übernommen, weil es nicht, unter anderem, weil es nicht in hebräisch geschrieben ist. Dann gibt es so ein Binnenargument im Judentum. Der Geist Gottes sei dann verschwunden, habe sich verflüchtigt. Das ist also diese ganze Zeit zwischen 4. Jahrhundert und der Jahrtausendwende, wenn man so will. Also vor Christus, wo man sagt, die Zeit, was da entsteht, das gehört jetzt nicht mehr zu unserem Kanon dazu. Aber das heißt nicht, dass es nicht gelesen wird. Das Judit-Buch, weil es eben in der griechischen Zeit spielt und zum Beispiel auch erkennen lässt, dass der Tempel schon wieder eingeweiht ist. Das ist mehrfach passiert in der Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft. Gehört also in die Riten hinein der Feier zur Tempelweihe, der bekannt ist als Chanukka-Fest. Das ist bei uns immer in der Adventszeit. Genau. Und da liest man im Judentum auch ganz gern das Judit-Buch. Okay. Zwar nicht offiziell, sozusagen. Also es spielt jetzt nicht zwingend eine Rolle, aber da gehört es mit hinein, weil es das gut hineinpasst. Es hat aber keine verbindliche Rolle jetzt im Kanonsinn. Und wird dann auch in der Synagoge quasi nicht gelesen. Kann es ja nicht, geht ja nicht, wird nicht gelesen. Genau. Also was bei der Oper jetzt, was wir machen und was wir erlebt haben, auch durch den Hebbel und dann auch durch die, wie soll man sagen, Musikalisierung von Herrn Resnicek ist, dass es ja schon ein paar Eingriffe gibt von Gott. Also das ist, das Bedeutendste für uns ist, dass der Stumme, Blinde auf einmal sprechen und sehen kann. Und dann auf einmal, also zumindest ist es in dieser Libretto-Fassung so, bei Hebbel ist es ähnlich, ein bisschen anders, dass er dann sagt, steinigt ihn. Also das heißt, zu dem Bruder, der eigentlich die Tore öffnen will und sich ergeben will, mehr oder weniger, auf einmal wird sein eigener Bruder sagt, kann sprechen und sagt, steinigt ihn, was ja relativ brutaler Einfall Gottes ist, um das mal sanft zu sagen. Wie ist das also mit diesen, es gibt ja so im Alten Testament, auch gerade heutzutage wird ja, wenn man über Koran spricht und so weiter, wird ja oft verglichen, da sagt man ja, im Alten Testament gibt es auch die Beutel voller Vorhäute, die geholt werden und so weiter. Das weiß ich noch vom Religionsunterricht meines Sohnes, der fand das immer am tollsten, die Kriegssachen fand er immer toll, weil die hatte eine Religionslehrerin, die also das war ein bisschen wie Lord of the Rings, hat die das aufgezogen, deshalb waren gerade die brutalen Sachen, damit hat sie die Kinder, also die Jungs vor allem natürlich fasziniert. Wie geht man damit heute um? Also wenn wirklich so eine Situation ist, jetzt eben hier bei Judith, aber es gibt wahrscheinlich auch ähnliche Sachen überhaupt im Alten Testament, wo wirklich ganz klar, also Gott in einer relativ gewalttätigen und, ich sag mal, unsensiblen Weise dann Wunder tut. Der hätte ja irgendwas anderes sagen können oder irgendwie ein paar Adlerkreisen oder keine Ahnung, also eine Inspiration, aber nein, der Bruder bekommt seine Stimme und benutzt sie dazu zu sagen, steinigt ihn und sein eigener Bruder stirbt. Wie geht man damit um? Also wenn jetzt auch jemand fragt oder sowas? Also erstmal muss man sagen, natürlich genau diese Szene ist sozusagen von Hubble zusätzlich erfunden. Ja, genau. Wobei er auch einen Grund dafür liefert, weil für ihn ist wichtig, dass die Judith letztlich durch den Daniel, der dann getötet wird, eine prophetische Stimme vernimmt. Also der meint, die braucht nochmal zusätzlich zu ihrem Antriebsmomenten auch diese prophetische Stimme. Die ist für ihn also da wichtig und die baut er deswegen ein, die kommt ja biblisch so nicht vor. Genau. Nichtsdestotrotz haben wir genügend Gewalttexte auch mit Gott verbunden im Alten Testament, die gerade heutzutage natürlich Thema sind. Ich denke, wir müssen Verschiedenes im Hintergrund haben. Erstens, das ganze Alte Testament gehört in einen Kontext hinein, in dem der Glaube parallel mit Staatsgeschichte läuft. Das ist ja nicht selbstverständlich. Und damit hat das Volk Israel oder der Staat Israel dann auch die ganze Zeit politische Probleme und ist in Gewalttaten verstrickt und hat es mit weitaus mächtigeren Gegnern zu tun, als Israel selbst je war. Für die Zeit hat man einfach den Eindruck, wenn ein biblischer Verfasser in dieser Zeit erzählt hätte, unser Gott kann das alles ganz friedlich, hätten die gesagt, wunderbar, den kann man nicht gebrauchen. Denn wenn es dann ernst wird, kann der offensichtlich nichts. Das wäre ein schwacher Gott. Das ist also ein Motiv dafür. Insgesamt gibt es eindeutig eine Entwicklung im Alten Testament in dem Augenblick, wo Israel nicht mehr Staat ist, damit also auch die militärischen Kräfte noch mehr schwinden, als sie schon je waren, weil man jetzt Provinz ist oder letztendlich nur eine Religionsgemeinschaft in fremden Kontexten, verschwinden diese Gewalttätigkeiten auch. Also das Buch Judith hat sie jetzt oder reduziert sie deswegen auf die Einzeltat der Judith, hat aber jetzt nicht mehr sozusagen die Riesenmetzelei, um die Assyrer zu besiegen. Das wird also schon deutlich, sondern es entstehen in diesen Spätzeilen gerade die großen Friedensvisionen, Schwerter aus Flugscharen, unvergleichbares. Aber wäre ein weiterer Aspekt. Dann kommt man sehr gerne mit dem Christentum und sagt, ja, aber wir sind ja ganz friedlich, bei uns kommt das nicht vor. Das Neue Testament entsteht nicht wie das Alte, über mehrere hundert Jahre, sondern mal gerade zwischen, sagen wir mal grob, 50 nach Christus und 120 nach Christus. So, in der Zeit geht es um eine winzige Religionsgemeinschaft. Nur kleine, mittelgröße Gemeinden ohne politische Absicht, hat auch gar keine Möglichkeit gehabt im Römischen Reich. In dem Augenblick, wo das Christentum Staatsreligion wird, führt der gute Eusebius von Caesarea, Hoftheologe von Kaiser Konstantin, sofort den Bellum Justum, die Lehre vom gerechten Krieg an. Also uns holt das Thema wieder ein, weil auf einmal Religion wieder instrumentalisiert wird, für Staat, oder jedenfalls in einen Zusammenhang gerät mit staatlichen Fragen. Und dann steht man auf einmal wieder nämlich mit dem Thema Krieg zusammen. Letzte, unsere sehr pazifistische Vorstellung, die wir natürlich gerne da schon hätten, basiert letztlich auf Forschern, die im Wesentlichen nach 1945 entstanden sind. Und da halte ich es immer für schwierig, das schon alles vor 2000 Jahren zu vermachen. Das hätten wir doch auch schon alles haben müssen. Das scheint mir nicht zu gelingen. Deswegen will ich umso wichtiger zu sehen, wo aber tendenziell diese Gewalt dann doch wieder, immer wieder, dieser Gewalt widersprochen wird. Die am Anfang deutlicher da ist, aber wo man sich von diesen Gottesbildern mehr und mehr verabschiedet und sagt, nee, das geht in eine andere Richtung. Naja, also mit anderen Worten ist es ganz gut, dass der Papst nur noch seine Schweizer Garde hat und kein Weltreich mehr, sonst müsste er Kriege führen und so weiter. Gut, okay. Nee, das ist tatsächlich einleuchtend. Ich meine, das ist auch ganz interessant jetzt auch mit der Islamdebatte. Also in dem Moment, wo das Staaten sind, wo das Expansionen sind, Osmanisches Reich immer noch, und das sehr verbunden ist mit einer Staatlichkeit, ist eben auch wahrscheinlich da eine ganz andere, wie soll man sagen, also ein anderes Gefühl dazu oder eine andere Notwendigkeit im Endeffekt. Das ist natürlich ein sehr spannendes Argument. Finde ich sehr einleuchtend. Sehr gut. Okay, es geht gleich los mit unserer Probe. Ich würde, also erstmal bedanke ich mich. Ich würde, also erstmal bedanke ich mich.